Lassen wir das. Ich bin aber eigentlich hierher gekommen, wegen ihrer Beschwerde. Sehen Sie, jetzt steht doch endgültig fest, dass Marianne an der ganzen Geschichte unschuldig ist und... Und weiter? Soll ich mich vielleicht bei ihr entschuldigen? Was hindert Sie daran? Das Mädchen wird doch von Tag zu Tag vernünftig. Ich denke nicht daran, mich zu entschuldigen. Unter keinen Umständen. Aber ich bitte Sie, das wäre unpädagogisch. Ich habe eben meine Grundsätze. Entschuldigen Sie. Bitte. Dem werde ich zeigen, wie man eine Frau behandelt.